Warum sind Sie eigentlich Dermatologe geworden? Das war mir ein Zufall. Damals bekam man keine Stelle und ich war rausgeflogen aus dem chemisch-physiologischen Institut, weil mein dortischer Chef starb und der eigentliche Institutsleiter an meinen wissenschaftlichen Untersuchungen nicht mehr interessiert war. Und da wurde mir gesagt, dass eine Stelle in der Hautklinik frei war und ich war sehr interessiert. Der Chef dort, der wieder hingekommen war, der war vertrieben worden 1933, der interessierte sich für die feingewebliche Untersuchung von Hautkrankheiten. Da hatte er Weltruf und das war eine Sache, die mich sehr interessierte. Und außerdem die Haut als Organ. Man konnte gleichzeitig wissenschaftlich gut Untersuchungen machen, denn das Material Haut war ja da leicht zu bekommen. Mein Lehrer Oskar Gans, der fühlte sich als Nachfolger des wohl bedeutenden Dermatologen, PG Una. Und die hatten die Idee, Struktur und Funktion der Haut zu verbinden. Und das war auch meine Ausrichtung und das habe ich also auch versucht. Und einige Dinge, die mir also besonders Anliegen waren, ich habe zeigen können, dass die Hautoberfläche, also die einfache Oberfläche, auch Enzyme enthält und in der Lage ist, diese, zum Beispiel Äster zu spalten. Das halte ich für sehr wichtig. Dann haben wir, und das habe ich zwar nicht selbst gemacht, aber das ist auf Anregung von mir in der Klinik gemacht worden, hauptsächlich von einem Professor Tritsch, zusammen mit einem Professor Gartmann und einem anderen Professor Herrmann, die Immunbehandlung des Melanoms. Da waren wir die Ersten in Deutschland. Ich hatte mir da eine Methode ausgedacht. Die schlug auch bei einigen Patienten sehr gut an. Aber das halte ich für einen großen Fehler. Wir haben es dann aufgegeben, weil die Überlebensrate nicht gut war bei dieser Untersuchung. Obwohl, wie gesagt, bei einigen Patienten wir außerordentlich guten Erfolg hatten. Und das bedauere ich sehr, dass wir das aufgegeben haben. Dann haben wir zum Beispiel als allererste in Deutschland aufgegriffen, die Behandlung von Aids-Kranken. Wir haben die erste Sprechstunde, obwohl das nicht bekannt geworden ist, in Deutschland, hier in Köln gehabt, die heute auch noch existiert werden. Wir hatten nach kurzer Zeit 2.000 Leute, die HIV infiziert waren, die wir behandelt haben. Ich glaube, das ist auch ein Verdienst, das wir haben. Dann hatten wir, das hatte ich von meinem Vorgänger übernommen, eine große Allergieabteilung. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von Dingen auf die Füße gestellt. Zum Beispiel über Penicillin, Allergien und andere Dinge. Also am wichtigsten ist mein Lehrer Oskar Gans. Das war eine sehr bedeutende und prägende Persönlichkeit. Obwohl er also politisch verfolgt war und uns umerziehen wollte, das Militärische sollte also unter allen Umständen abgelegt werden, war er, mein Vater sagte, er war wie ein preußischer Major. Und der hat uns natürlich sehr geprägt. Dann aber auch der schon erwähnte, eben im Gespräch erwähnte, Professor Franz Herrmann, der ein ganz bedeutender Mann war, auch vertrieben war als Jude und in Amerika in der sogenannten Skin-and-Cancer-Unit, also ein Hintergrundsmann war, der für diese bedeutende Abteilung sehr wichtig war. Dann natürlich mein Doktorvater. Da habe ich in der, ich habe eine Doktorarbeit gemacht, die auch eine morphologische Arbeit war. Ich sollte erforschen, ob es am Nierenbecken Ausgang einen Schließmuskel gäbe oder nicht. Das habe ich dann gemacht. Dabei habe ich vor allen Dingen die histologischen Techniken sehr gut gelernt. Die konnte ich natürlich. Das war natürlich für die feingewebliche Untersuchung von Hautkrankheiten dann sehr wichtig. Für die Arbeit habe ich auch damals einen Preis bekommen von dem McCloy, der einer der amerikanischen Umerzieher und Berater hier in Deutschland war. Das wird Ihnen kein Begriff mehr sein. Das war allerdings ein Geldbetrag in Ahrmark. Davon habe ich mir eine Stange Zigaretten und eine Tischlampe geprägt aus einer alten Granate kaufen können. Ich habe immer gesagt, die Dermatologie ist in einer Situation, wie es immer Deutschland war. Deutschland ist ein Land in der Mitte. Da muss man immer mit den Nachbarn auskommen. Und ich habe immer diese Randfächer, Randfächer ist falsch, die zur Dermatologie gehörigen Fächer sehr stark betont, wie Allergie, operative Dermatologie, die Venenkrankheiten, Phlebologie, aber auch die medizinische Kosmetik und Anthrologie. Und das hat natürlich zu sehr vielen Berührungen und Überschneidungen mit anderen Fächern geführt. Ich muss allerdings sagen, dass ich immer hier in Köln mit meinen Nachbarn gut ausgekommen bin. und dass wir uns eigentlich gut ergänzt haben. Ja, es sollte immer das Wesentliche im Auge behalten, dass die Dermatologie kein Kosmetikfach ist, sondern ein wesentliches Fach ist. Das war auch eine der Lehren von Oskar Gans. Die Dermatologie hat die Aufgabe, auch Sehen zu lernen und auch anderes Sehen zu lernen. Und er hat, das bringt das gut zum Ausdruck, an den Hörsaal der Frankfurter Hautklinik, existiert heute nicht mehr, den Spruch von Goethe schreiben lassen, Was ist das Schwerste von allen? Was dir das Leichteste dünket, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt. Und das ist sehr zu beachten, obwohl genau genommen ist der Ausspruch möglicherweise von Schiller. Das kommt nämlich aus den Xenien und die sind von Goethe und Schiller. Aber er wird Goethe allgemein zugeschrieben. Also die Hauptaufgabe des Dermatologen ist, auf der Haut lesen zu können. Und dann kann man sehr viel daraus entnehmen. Ich bin ein regelmäßiger Leser des New England Journal of Medicine. Das ist wohl die berühmteste medizinische Zeitschrift der Welt. Und da werden immer Patientengeschichten besonderer Art bearbeitet. Und zwar in der Gründlichkeit, das ist wirklich außerordentlich. Und mit den modernsten und aufwendigsten Methoden. Und das ist manchmal so, wenn man das so durchliest, da heißt es dann so nebenbei, da ist noch ein kleines Fleckchen in der Haut. Und wenn man das beachtet hätte, zum Beispiel, es gibt ein Krankheitsbild, das heißt Urticaria pigmentosa, das ist eine Vermehrung der Mastzellen in der Haut und auch im ganzen Körper. Wenn man da dran kratzt, dann gibt es eine Quattel. Und in dieser Geschichte, wenn man an dem Fleckchen gekratzt hätte, da hätte man sich alles andere sparen können. Da war die Diagnose klar mit allen Beschwerden. Und das ist immer so, man darf vor lauter Bäumen den Wald nicht verlieren. Und das war immer unsere Devise. Und das haben wir auch so gemacht. Wir haben natürlich die Dermatologie immer im Zusammenhang mit der gesamtmedizinischen Entwicklung gesehen. Das hat sich natürlich diese Entwicklung auf uns in jeder Weise ausgewirkt. Und da mussten wir uns noch anpassen. Denken Sie mal allein an die Fortschritte der Behandlung, was ich da erlebt habe. Angefangen habe ich mit dem Salvasan, ein sehr gefährliches Mittel auch, mit unter Umständen sehr starken, unerwünschten Wirkungen. Dann kam das Penicillin. Das hat das Fach vollständig verändert. Wir hatten, ich glaube, ursprünglich mal, gehörten Sie an der Hautklinik Frankfurt, wo ich war, 400 Betten oder sowas. Alles vollgelegt mit Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskranken. Und die waren dann auf einmal mit einem Schlag weg. Das wurde ganz anders behandelt. Alles, was vorher gegolten hatte, galt nicht mehr. Dann die neuen Untersuchungsmethoden. Nicht. Dann auch die Strahlentherapie spielte eine bedeutende Rolle. Heute praktisch kaum noch. Heute in der Medizin ist es so, wie ich anfing, war es so ungefähr noch, als ob man mit einer Kutsche losfuhr auf ein Ziel. Und heute ist es so, als ob Sie einen Porsche haben. Das hat natürlich auch sehr gefährliche Folgen, dem Augenblick, wenn Sie mit voller Geschwindigkeit steuern, Sie machen einen Fehler, das setzt Schäden und führt zu Verlusten. Das gab es früher auch. Mit der Kutsche können Sie auch umstürzen. Aber die Verantwortung ist ungeheuer groß. Ich schätze ein Buch sehr, das heißt Cecil, Textbuch of Medicine. Das ist ein amerikanisches Standardwerk. Und da gibt es eine Kurzfassung davon. Und wenn Sie jetzt eine Seite sehen, was da alles an Kenntnissen drin ist, was man alles wissen sollte, was man beachten sollte, aber auch was man falsch machen kann, dann ist das natürlich eine ungeheure Verantwortung, die auf einen zukommt. Früher konnte man sagen, so wie es bei dem Goethe hieß, nicht wahr, es lässt alles so verlaufen, wie Gott es will, aber nicht. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, diese berühmte Stelle. Aber heute ist das nicht mehr so. Heute ist die Sache sehr schwer zu fassen. Die Entscheidungen sind also außerordentlich schwierig, zumal sie ja sehr schnell gefasst werden müssen. Nicht. Den jungen Leuten rate ich also vor allen Dingen, das Studium sehr ernst zu nehmen. Nicht, die Gefahr ist, dass sie ja nur für Examen lernen, sondern dass sie wirklich etwas lernen. Dass sie das tut, was mein Lehrer, Oskar Gans, uns immer auf den Weg gegeben hat, dass letztlich der Dermatologe ein Mann der inneren Medizin sein soll, der etwas von der Haut versteht. Das ist sehr wichtig, dass er also der Dermatologe nicht den Zusammenhang mit der Gesamtmedizin verliert. Dass er nicht auf Äußerlichkeit, nicht auf die Kosmetik ganz sich verlässt, sondern dass der Kern, die Medizin, vor allem die innere Medizin und die medizinische Dermatologie erhalten bleibt. Mein Lehrer Oskar Gans war als Gastprofessor an der berühmten Mayo-Klinik und sollte denen 1926 Dermatohistologie beibringen. Da saß er in der Kantine und gegenüber saß ihm einer der berühmten Leute dieser Klinik, ein Nobelpreisträger, den Namen habe ich vergessen. Und der fragte, was machen Sie denn so? Und er hat ihm das kurz erklärt, auch davon weiß ich gar nichts. Was machen Sie denn sonst noch? Ich bringe den Leuten bei, sehen zu lernen. Worauf der Mann sagte, ich kann sehen. Er sagt, ja, sagen Sie mal, wie ist denn der Bus beschaffen, der hier immer zu dieser Klinik fährt? Ja, sagt er, ich glaube, der ist beige. Nein, der ist hellgrau. Hat er einen Wappen? Ja, ich glaube, ja was. Und der Gans hat also das haarscharf den Bus beschrieben. Der war tief beeindruckt. Hinterher hat der Gans gesagt, hat aber meine Regel, richtig hinzuschauen, nicht beachtet. Sonst hätte er nämlich gemerkt, er saß mit dem Rücken zum Fenster und ich saß mit dem Gesicht zum Fenster. Und vor dem Fenster stand der Bus. Ja, ich glaube,